Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Video mit mir. Heute geht es um mein drittes Schwangerschaftsupdate, das heißt von der Woche 28 bis zur 40. Woche, denn tatsächlich bin ich jetzt in der 40. schon. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und auf geht's! So, ich würde sagen, wir fangen natürlich bei der 28. Woche an oder da rum rum. Aktuell bin ich ja in der 40. Ich bin sogar überfällig zwei Tage, aber davon berichte ich euch gleich. Ja, 28. Schwangerschaftswoche, man fiebert natürlich auf die 30 zu, man freut sich, weil ab 30 sind es dann auch nur noch 10 Wochen. Das war auf jeden Fall mein Gedanke. Und in der 28. Woche kann ich mich erinnern, dass ich ja noch gearbeitet habe und in der Arbeit ging es mir nicht gut. Also eigentlich habe ich eine Traumschwangerschaft, aber in der 28. Woche ging es mir oder bis zur 32. oder so ging es mir gar nicht gut. Ich hatte sehr starkes Sodbrennen, ich hatte vorm Bürositzen richtig krasse Rückenschmerzen, ganz starke Wassereinlagerungen, weil die Beine immer nach unten hängen. Klar, natürlich, die waren alle total nett und haben gesagt, hey, du kannst dich gerne auch mal hinlegen oder Füße hochlegen. Aber wie es halt dann so ist, man ist ja in der Arbeit und es fühlt sich irgendwie komisch an, dann für eine halbe Stunde die Füße hochzulegen oder in einen anderen Raum zu gehen und ich weiß nicht. Also irgendwie war das dann irgendwie am Ende schon schwierig so in der Arbeit. Und ich hatte richtig Rückenschmerzen, sodass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe in der Arbeit. Und hatte aber dann eh nur noch zwei, drei Wochen zu arbeiten. Die konnte ich dann aber leider nicht mehr fertig machen, weil meine Ärztin gesagt hat, bleib lieber zu Hause. Das könnte dem Kind nicht gut tun und so war das dann, dass ich mich zwei Wochen vor dem Mutterschutz habe krankschreiben lassen. Und dann konnte ich mich zu Hause ausruhen. So, ich gucke jetzt mal ein bisschen in mein Handy, weil ich habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben, über die ich mit euch sprechen möchte. Genau, Melasma. Kommen wir zum Melasma. Was ist das? Genau, ja, ich wusste das auch nicht. Ähm, das ist eine Pigmentstörung. Aber fangen wir mal so an. Ähm, es, ich glaube, das war sogar nicht im dritten Trimester, sondern Ende des zweiten, Anfang drittens, aber wie auch immer. Ähm, ich glaube, ich habe euch davon noch nicht erzählt. Als es richtig angefangen hat, schönes Wetter zu werden, also so im April oder im Mai, ähm, war es so, dass ich essen war, ähm, am Tegernsee, hatte meine Sonnenbrille auf, saß auch prall in der Sonne. Und dann hatte ich abends einen schönen Sonnenbrand und, ähm, quasi hat man meine, meine, meine Brille, also, äh, die Brille quasi, als ich die weggetan habe, hat man gesehen, dass hier alles weiß war und hier rumrum alles rot, ja. Das heißt, ich habe natürlich erstmal gedacht, okay, krasser Sonnenbrand, ja, es schaut total doof aus. Ähm, und, ähm, nach ein, zwei Wochen fand ich es sehr komisch, dass ich diesen Sonnenbrand immer noch nicht hatte. Ich meine, wer hat zwei Wochen den Sonnenbrand, ja, das wurde nicht weniger, es wurde quasi nicht mehr so rot, es wurde eher bräunlich, aber auch fleckig. Und dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie komisch, dass es so fleckig ist, so braunfleckig. Und dann habe ich angefangen zu googeln und habe dann von einer Krankheit gelesen, die heißt Melasma oder auch Chloasma, glaube ich heißt sie, oder auch genannt Schwangerschaftsmaske. Das ist eine Pigmentstörung, die man in der Schwangerschaft entwickelt. Die wird ausgelöst tatsächlich durch die Sonne und genau da in dieser Situation befand ich mich. Das heißt, im Endeffekt ist das total doof, weil ausgelöst worden ist sie durch diese Brille, sodass ich jetzt eigentlich um die Augen rum weiß bin und überall rum rum habe ich eben diese, diese braunen Pigmentstörungen. Ähm, ich blende euch mal auf jeden Fall hier ein Foto ein, damit ihr das auch richtig seht. Ich bin jetzt geschminkt, das heißt, jetzt sieht man es nicht ganz so krass, wenn ich näher hinkomme, sieht man es natürlich, aber ich blende es euch ein. Das heißt, ich habe jetzt überall irgendwie, es sieht aus auch wie so, wie so, ähm, Sommersprossen. Und, äh, jetzt gehe ich natürlich nicht mehr so gerne in die Sonne mit meinem Gesicht, weil es wird ja wieder dunkler. Also, wenn ich jetzt in die Sonne gehen würde mit meiner Brille, klar mit Brille, dann wird es ja wieder dunkler und dann sieht man es natürlich wieder krasser. Das heißt, jetzt nehme ich Sonnenschutzfaktor 50 oder gehe halt gar nicht in die Sonne. Ähm, und die Ärztin hat gesagt, das geht nach der Schwangerschaft wieder weg, aber es könnte auch sein, dass es bleibt. Es wäre natürlich sehr ärgerlich, aber es könnte sein und dann muss man das eben mit dem Hautabbesprechen, was man da tun kann, äh, und weglasern und pipapum, aber gut. Ähm, aber diese Krankheit war mir völlig neu, ich hatte von der noch nie gehört. Ähm, wenn ihr mal was davon gehört habt oder ihr sie selber habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, mich würde das interessieren. Und anscheinend haben das viele und viele haben es auch hier um die Lippenpapie rum, das ist natürlich dann total ärgerlich. Ähm, ich Gott sei Dank nicht, also ein bisschen schon, aber nicht sehr stark. Und, äh, ja, auf jeden Fall soviel zu der Schwangerschaftsmaske. Vielleicht habt ihr das ja auch. Ja, auf jeden Fall habe ich die. So, meine Lieben, der nächste Punkt ist etwas total Tolles, nämlich das Kinderzimmer einzurichten. Und zwar, welche Mami, welche schwangere Mami freut sich darauf nicht? Ganz ehrlich, ich finde, das ist, ab dem Zeitpunkt, wo du erfährst, dass du schwanger bist, gut, vielleicht noch ein bisschen die Gewöhnungsphase, dass du schwanger bist, ist es, ist es so, dass man sich darauf freut. Man, 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 also ich habe die letzten acht Monate davor angefangen zu googeln, mir Kinderzimmer anzugucken, die Deko, was kann ich kaufen? Und, ähm, ich habe mich auf diesen Moment total gefreut, dieses Kinderzimmer einzurichten. Und ich hatte auch wirklich ganz lange Zeit, mir zu überlegen, wie, wo ich was stehen haben möchte. Ich sitze hier übrigens in diesem Kinderzimmer. Und, äh, es ist auch schon fertig, aber das zeige ich euch in einem anderen Video, wo ich eine Roomtour mache. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall habe ich mich total darauf gefreut. Ähm, wir haben ein drittes Zimmer. Das ist natürlich super, dass wir daraus ein Kinderzimmer machen konnten. Und, ähm, hier war vorher mein Arbeitszimmer. Das musste ich aufgeben. Hätte nicht sein müssen, weil viele sagen, ja, du brauchst kein Kinderzimmer. Aber ich wollte einfach unbedingt eins haben. Ich finde das schön, wenn das Kind einfach ein Zimmer hat, wo dann die Sachen auch stehen von dem Kind. Also, ähm, mir war das dann wichtiger als mein Arbeitszimmer. Und auf jeden Fall habe ich mit dem Kinderzimmer angefangen, ja, so sieben Wochen vorher. Also quasi Mitte Mai. Ähm, zwei Wochen vor Beginn des Mutterschutzes. Gut, ich war krankgeschrieben, aber hatte auch noch Urlaub. Ähm, aber gut. Ähm, auf jeden Fall so acht Wochen, sieben Wochen vor Entbindungstermin habe ich damit angefangen. Und ganz ehrlich, das ist, äh, nicht zu spät und auch nicht zu früh. Man braucht auf jeden Fall so acht Wochen, weil, ähm, vielleicht möchtet ihr streichen, ja, die Wände streichen. Und das muss wirklich, ähm, am Anfang passieren, weil das soll auch gut auslüften, damit das Kind diese Mal, ähm, ja, diesen Gestank von dieser Farbe nicht hat. Oder im Kinderzimmer, ne, ihr wisst ja, wie das irgendwie riecht. Und deswegen ist es gut, wenn man das wirklich zeitlich macht, also richtig schön vorher. Dann natürlich Möbel kaufen, die Sachen aufbauen. Das geht nicht in einem Tag. Mein Freund musste das machen. Ähm, die Sachen aufbauen. Und der konnte natürlich auch immer nur am Wochenende. Und, äh, ja, ich hab dann unter der Woche immer so Kleinigkeiten gekauft, so kleine Dekosachen und so. Aber bringt ja alles nichts, wenn die Kommode nicht steht oder der Schrank nicht steht. Also, im Endeffekt hat man da eben nur am Wochenende Zeit, die Sachen aufzubauen. Aber man kann sich eben schon mal vorher schlau machen, was möchte man. Oder in verschiedene Geschäfte gehen und gucken, wo gibt es denn das beste Bettchen, den besten Schrank, ja. Weil, ähm, es gibt so viele Läden. Und ich bin wirklich in jeden Laden gegangen und, ähm, hab viel Zeit investiert und mir alles angeschaut, bevor ich irgendwas gekauft hab. Damit ich auch nicht irgendwie, ähm, in die Situation gekommen bin, dass ich irgendwie in einem Laden war. Und dann sag ich, ach, scheiße, hätte ich doch den gekauft, der gefällt mir jetzt viel besser. Also, ich hab wirklich alle Läden durchgemacht. Und, äh, ja, das war auch gut so. Ich bin total verliebt in mein Babyzimmer, in die Deko, in alles. Ich hab mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, beziehungsweise wir. Aber gut, die Frauen machen da natürlich, glaub ich, ein bisschen mehr. Und, ähm, ja, ich freu mich euch, das in einem anderen Video zu zeigen. Auf jeden Fall würde ich euch raten, acht Wochen vorher damit anzufangen. Wer es natürlich gar nicht erwarten kann, ganz viel kann, kann es natürlich auch fünf Monate vorher machen. Aber da es mein Arbeitszimmer war, war das irgendwie unnötig. Und, ähm, ja, also Kinderzimmer im dritten Trimester macht total viel Spaß. So, der nächste Punkt ist Urlaub. Ich wollte natürlich nochmal in den Urlaub fahren. Ähm, mein Baby wird ja ein Sommerbaby. Das heißt, für mich ist klar, okay, der Sommer wird in München verbracht, da wo ich auch wohne. Da gibt's nix mit wegfahren dieses Jahr, mit mehr und keine Ahnung. Aber ich möchte auf jeden Fall vorher, bevor das Kind da ist, nochmal wegfahren. Und, ähm, ja, im April oder im Mai konnte ich nicht mehr fliegen, beziehungsweise hätte es auch gar nicht gewollt. Deswegen musste es irgendwie ein Urlaub sein, der jetzt nicht so weit weg von München ist. Wir hatten erst, äh, den Gedanken nach zum Gardasee zu fahren. Das sind nur viereinhalb Stunden von München. Und, ähm, irgendwie hab ich mich dann doch entschieden, nach Italien zu fahren. Das waren dann fünfeinhalb Stunden Autofahrt. Weil ich finde, das Klima ist einfach anders, wenn man am Meer ist. Ja, dieser Duft vom Meer, das ist einfach was anderes. Und, ähm, mein Freund hatte ein bisschen Bedenken wegen der Autofahrt. Und, äh, so lange sitzen. Und, äh, wenn da was passiert. Aber, äh, ich hab ja gesagt, so zwischen vier Stunden Autofahren oder fünfeinhalb gibt's auch nicht so einen Riesenunterschied. Und außerdem, man muss einfach positiv denken. Und die Frauenärztin hat grünes Licht gegeben, hat gesagt, gar kein Problem. Und im Auto, mein Gott, dann muss man halt ein bisschen öfters anhalten. Ein bisschen öfters, öfters anhalten. Und die Füße vertreten. Und man hatte immer sehr viel Angst. Aber am Ende war alles super. Also, die Autofahrt habe ich total gut vertragen. Ähm, wir haben öfters angehalten. Es war total schön. Ich hab mich auch fit gefühlt. Wie gesagt, ich glaube, ich hab echt eine tolle Schwangerschaft. Und ich glaube, das war, ja, das war in der ersten Woche vor meinem Mutterschutz. Das heißt, vor sechs Wochen. Das war in der 34. Schwangerschaftswoche. Das heißt, ähm, ich finde, man kann auf jeden Fall wegfahren. Viele haben ja totale Bedenken wegzufahren. Oder ich bin in so einer Facebook-Gruppe, da diskutieren sie immer ganz oft so, kann man noch wegfahren, ähm, 30. Schwangerschaftswoche. Mei, also, wenn man sich wohl fühlt und nicht so viele Probleme hat, so wie ich, glaube ich, ist das auch in der 35. Woche kein Problem. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Und, ähm, man muss natürlich auch selber wissen, wie man sich fühlt, wie man drauf ist. Ähm, ja, bei mir ist auf jeden Fall alles gut gelaufen. Ich hab mich total toll erholt. Und, ähm, ja, das war also dann der letzte Urlaub, bevor das Baby kommt. So, der nächste Punkt. Was hab ich aufgeschrieben? Ja, jetzt hab ich aufgeschrieben, 40 plus... Das heißt, damit will ich euch sagen, dass ich jetzt in der 40. Schwangerschaftswoche bin. Entbindungstermin war vor zwei Tagen. Das heißt, ich bin jetzt 40 plus zwei. Ja, ähm, es ist eine Situation, ein Wechselbad der Gefühle, würde ich es beschreiben. Ich weiß nicht, anderen Mamis mag es vielleicht anders gehen. Mir geht es eben so, wie es mir geht. Dieses Datum ist so eingeprägt in deinem Hirn. Und du freust dich so auf dieses Datum. Dieser Entbindungstermin, das bedeutet wirklich die Welt. Ich weiß nicht, ich... Man zählt jeden Tag bis dahin. Man, man, man... Je näher der Tag rückt, hat man ja auch mehr Schiss wegen der Geburt. Und man freut sich. Und man hat Angst. Und es ist alles zusammen. Und dann kommt dieser Tag. Dieser Entbindungstag. Er kommt. Er rückt immer näher. Und es passiert nichts. Nichts. Siehnte, gar nichts. Und irgendwie ist es so... Verzweiflung ist wirklich zu viel gesagt. Traurig ist auch zu viel gesagt. Aber ich war so ein bisschen enttäuscht. Weil es passierte nichts. Und ich hatte so große Erwartungen an alles. Und das heißt ja Erwartungen. Ich meine, ich vorher wusste ich auch, das Kind kann kommen, wann es möchte. Und es kann auch eingeleitet werden. Und es kann auch zehn Tage vorher kommen. Oder nachher, man weiß das. Und irgendwie ist es dann trotzdem so, dass man so komische Gefühle hat. Im Endeffekt weiß ich natürlich, jeder Tag, wo das Baby im Bauch ist, ist ein guter Tag. Es ist toll, dass es kein Frühchen ist. Es ist... Es fühlt sich wohl bei mir. Das ist natürlich auch schön für mich. Und trotzdem hätte man es einfach gerne gehabt. An dem Tag. Und man möchte es sehen. Und man ist... Ich glaube, das ist diese Ungeduld. Das macht einen fix und fertig. Mich auf jeden Fall. Ich möchte dieses Baby so gerne einmal halten. Ich würde es so gerne einmal halten. Einmal angucken. Und dann kann es auch wieder in den Bauch ein paar Wochen. Aber jetzt ist die Ungeduld einfach so groß, dass man es wirklich kaum noch aushält. Also ich auf jeden Fall. Und gleichzeitig habe ich aber auch jetzt total Angst. Ja, vor dieser Geburt. Und man freut sich. Man hat Angst. Ich weiß nicht. Das sind gerade so viele Gefühle auf einmal. Man kann es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall bin ich jetzt 40 plus 2 Tage. Es hat sich nichts getan. Ich war heute Morgen bei der Frauenärztin. Ich war am CTG. Sie hat gesagt, ich habe leichte Wehen. Das kann man sehen am Wehenschreiber. Aber, ähm... Ja. Die habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber sie hat es anscheinend gesehen. Was aber eigentlich nicht zu bedeuten hat. Und, ähm, einleiten tut man nach sieben bis neun Tagen. Und, äh, ja. Jetzt steht das Wochenende vor der Tür. Das heißt, am Samstag soll ich mal ins Krankenhaus gehen. Weil man muss jetzt jede zwei Tage, ähm, zur Untersuchung, um zu gucken, ob es noch genug Fruchtwasser gibt. Ob alles in Ordnung ist. Weil, ähm... Also es ist zwar nicht schlecht, dass das Baby noch drin ist. Es ist auch gut. Aber irgendwann mal muss es natürlich auch raus. Weil, ähm, die Plazenta arbeitet irgendwann mal nicht mehr so gut. Und ernährt irgendwann mal nicht mehr so gut das Kind. Und deswegen müssen ja die meisten Kinder auch dann schnellstens raus. Aber wie auch immer. Da bin ich noch nicht. Jetzt momentan ist alles in Ordnung. Ich bin sehr, 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 sehr ungeduldig. Und freue mich natürlich mega auf mein Baby. Und bin schon wirklich gespannt, wann es losgeht. Es ist wirklich spannend. Jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, denke ich, okay, vielleicht wache ich heute Nacht auf. Und die Fruchtblase ist geplatzt. Passiert aber nur bei 15%. Der Leute. Und, ähm, ja, jeden Morgen, wenn ich dann wieder aufrehe, denke ich mir, hm, nichts passiert. Also man ist so seit 2-3 Wochen auf Stand-by. So, ähm, keine Ahnung. Komisches Gefühl. Aber gut. Baby geht's gut. Mir geht's gut. Das ist ja die Hauptsache. Ich bin glücklich. Und was wir natürlich alle wissen, ist, dass es auf jeden Fall kommen wird in den nächsten 10-12 Tagen. Ähm, ja. Genau. Ja, soviel zu meinem Schwangerschafts-Update. Zu meinem dritten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal, einfach Melody. Und, äh, demnächst wird es eine Baby-Room-Tour für euch geben. Und ich zeige euch auch meinen Kinderwagen und was ich gekauft habe fürs Auto als Kindersitz. Also seid gespannt. Abonniert meinen Kanal. Und wer sich fürs Kochen interessiert, darf gerne auf Kochen mit Melody vorbeischauen. Da wird jeden Montagabend gekocht. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich, glaube ich, eine kleine Pause einlege. Von ein paar Wochen auf meinem Kochkanal. Weil natürlich dieses Baby meine ganze Aufmerksamkeit braucht. Und, äh, ich natürlich auch zu 100% für mein Baby da sein möchte. Und keine anderen Gedanken in meinem Kopf haben möchte, außer dieses Baby. Und, ähm, ja. Genau. Ich wünsche euch was. Hoffentlich bis bald. Und tschüss. Bis bald.